Was würdest du machen, wenn du dich beim Wandern verirrst, im Ausland in eine gefährliche Situation gerätst oder nachts auf dem Heimweg bedroht wirst? Wüsstest du, wie du richtig reagierst? Keine Sorge, den Umgang mit solchen Situationen kannst du trainieren. Hallo, ich bin Marc von Plan B Training. In meiner operativen Zeit im Sicherheits- und Militärbereich habe ich gelernt, mit solchen Gefahren umzugehen. Mein Wissen gebe ich jetzt an dich weiter. Gemeinsam mit meinem Team zeige ich dir, wie du dich richtig auf kritische Situationen vorbereitest. Und wie du handelst, wenn es gefährlich wird. Dazu bieten wir dir Trainings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So haben wir schon viele Menschen in unserer Community auf den Ernstfall vorbereitet. Sei auch du bereit, wenn's drauf ankommt. Kontaktiere uns jetzt. Gemeinsam finden wir heraus, welches das richtige Training für dich ist.